Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich ein ganz besonders aufregendes Video für euch, nämlich ein Kamera-Review zum Nexus 6P. Diese Video-Credits gehen an NothingWired, den YouTuber, der hat das Nexus 6P vor allen anderen testen können, da es zuerst in Indien verfügbar war und er ist Inder. Deswegen konnte er zuerst diese Aufnahmen aufnehmen und ja, die sehen echt gut aus. Es ist nichts zu wackelig, selbst wenn er mit dem Ding rumwackelt. Es wird auch ein bisschen Videostabilisierung bemerkbar bei dem Teil. Die Exposure ist gut, also wie viel Licht hineingelassen wird, Farbkontrolle. Ja, sieht alles super aus. Weißabgleich ist nicht verrückt, sieht sehr natürlich aus. Farben sehen satt aus. Farben, die sind knallig, aber dennoch realistisch. Gefällt mir super gut. Und mit dem 12,3 Megapixel-Sensor hat man, wie zum Beispiel im iPhone 6S oder im Galaxy S6 oder im Sony Xperia Z5 zum Beispiel, genug Auflösung, um in 4K aufzunehmen. Und das, was ihr vorhin gesehen habt, war 4K, runterskaliert in 720p. Sieht exzellent aus, selbst runter auf HD-Auflösung, runterskaliert, finde ich persönlich. Und nun blende ich erstmal ein paar Fotos ein, die da mitgeschossen wurden. Da gehen die Foto-Credits an Droid Life. Und ich muss da wieder sagen, das ist wieder fantastisch, was das Ding gemacht hat. Und dazu kann man noch sagen, es ist auf einer Ebene mit dem Galaxy S6, dem iPhone 6 und dem LG G4, also iPhone 6S meine ich. Und ja, definitiv einer der Top-Docs. Vor allem, hier, wenn ich das nochmal einblende, eine Low-Light-Sample, sieht man, wie gut diese großen Pixel sind. Natürlich hätte man auch noch optische Bildstabilisierung einfügen können und bessere Resultate kriegen können. Aber ich finde, diese Resultate sind echt extrem, extrem gut. Und wie macht Google das? Große Pixel und, da muss man erstmal ein bisschen nachforschen, um das rauszufinden, ja, langsamer Shutter-Speed oder langsame Verschlussgeschwindigkeit. Nämlich haben wir zum Beispiel bei einem Handy, wie zum Beispiel dem iPhone 6S, ein 17. einer Sekunde, wobei wir beim Nexus 6P ein Zehntel einer Sekunde haben. Das übersetzt sich in längere Beleuchtungszeit für das Bild und somit bessere Qualität. Selbst wenn der Sensor qualitativ nicht ganz so hochwertig ist, wie der vom iPhone, kann der Nexus 6P-Sensor bessere Fotos produzieren, wegen dieser längeren Exposure-Zeit. Und ja, das war's. Ein Fazit wollt ihr von mir hören, höre ich da? Okay, hier habt ihr es. Das Nexus 6P hat eine der besten Kameras auf dem Markt, gerade in diesem Moment. Obwohl ich beim 4K-Videoaufnahmen eher zum Galaxy S6 greifen würde oder zum LG G4, da die einen höher auflösenderen Sensor haben und das wirklich leicht bemerkbar ist. Und wenn ihr Content Creator seid zum Beispiel, ist das wichtig für euch. Aber so wie das aussieht, würde ich das Nexus 6P von der Kamera her auf eine Ebene mit dem iPhone 6S tun, das dann doch noch 200 Euro, 300 Euro teurer ist als das Nexus 6P. Deswegen eine exzellente Kamera und bekommt dieses Jahr von mir den BTTWOC Editor's Choice Award. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video und vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Einen Daumen da zu lassen wäre echt nett von euch, wenn euch das Video gefallen hat. Und in die Comments könnt ihr eure Meinung schreiben zu den Camerasamples. Vielleicht könnt ihr nochmal diesen YouTuber, den ich vorhin erwähnt habe, noch einen Gruß schreiben. Und ja, abonnieren ist gratis, by the way. Tschüss, Freunde. Tschüss, Freunde. Tschüss, Freunde.